Zurück zu den erfreulicheren Nachrichten aus unserem Land, zu den echten Erfolgsmeldungen. Wer steht heutzutage für Wertarbeit? Wer ist seit Jahren ein Exportschlager? Wer produziert jeden Tag hochwertige Nahrungsmittel im Akkord? Richtig, die deutsche Milchkuh, der Weltmeister unter den Paarhufern. Rinderwahnsinn war gestern, heute gelten die schwarzbunten Damen als die Stars in der internationalen Wiederkäuerbranche. Andreas Diester hat sich das Phänomen einfach mal näher angesehen. Herausgekommen ist eine Ode an die Kuh. So, jetzt geht's da los. Nachschub für einen unersättlichen Markt. Alltag im Stall von Henrik Wille. Der 33-Jährige ist Milchbauer, Rinderzüchter und Geburtshelfer in einem. Damit die Artenwege möglichst schnell frei werden, hängen wir die Kälber auf. Dann kann alles ablaufen an Schleim. Wird ihm die Nase ein bisschen freigestreichelt. Und hier alles gut mit ihm? Ja, ist alles schön. Das einzig Blöde ist, es ist ein Junge. Was heißt das? Dass er nicht ganz viel wert ist. Wenn es jetzt ein rotes Mädchen geworden wäre, hätte ich gesagt, ich sag mal eine Summe zwischen 4.000 bis 7.000 Euro und das Kalb ist 45 Euro wert. Weil es wahrscheinlich dann in zwei Wochen auf den Kälberwagen geht und in die Mast kommt. Allein der Nutzen des Tieres entscheidet über dessen Schicksal. Das ist hier so und auf allen anderen Bauernhöfen in Deutschland nicht anders. Eine Million Liter Milch liefern Willes Kühe im Jahr. Alles ganz normal. Und doch ist der Hof ein Beispiel für den Wandel in der Landwirtschaft. Das fängt schon bei der Kuh an. Lag deren Leistung 1950 bei zweieinhalbtausend Litern Milch im Jahr, sind es heute im Bundesdurchschnitt 7.400 Liter. Kühe sind mehr denn je Hochleistungsnutztiere im Dienst einer auf Effizienz getrimmten Produktion. Jeder, der einen vernünftigen Ertrag von einer Kuh haben möchte, der füttert sie so gut es geht und behandelt sie so gut es geht. Weil nur eine gesunde Kuh in der Lage ist, lange viel Milch zu produzieren und auch Höchstleistung zu erzielen. Kühe, die nicht gesund sind, das sind keine Hochleistungsmaschinen. Die können nicht 60, 70 Liter produzieren. Das schaffen die einfach nicht. Das schaffen nur gesunde, vitale Kühe. Einfache Logik. Geht es der Kuh gut, rechnet sich das für den Bauern. Dass die Tiere, wie bei Henrik Wille auch, mehr als 10.000 Liter Milch pro Jahr geben, ist keine Seltenheit. Züchter wie er arbeiten daran, die wirtschaftlichen Eigenschaften der Tiere gezielt zu verbessern. Die beiden hier sind mein ganzer Stolz. Das sind Madonna und Madame. Das sind zwei Desti-Zöchter aus der besten rotbunten Kuh Deutschlands zurzeit. Die Kuh Maxima, die ist 94 Punkte bewertet. Aus der stammen diese beiden Töchter. Und das sind meine ganzen Hoffnungsträger für die nächste Schausaison. Nach der Werbung. Die Kuh und die Milch. Die zwei deutsche Spitzenprodukte, den Weltmarkt erobern. Die Schau der Besten in Verden ist das Top-Event gleich zu Beginn der Saison. So etwas wie die Formel 1 der Holstein-Kühe. Ein einziger Preisrichter, diesmal aus der Schweiz, bewertet die Tiere. Für mich im ersten Platz heute eine sehr milchtypische Kuh. Eine Kuh, die ich sehr mag. Sie ist sehr ausbalanciert. Sie zeigt sehr viel Ausdruck und vor allem eine sehr feinzellige Kuh. Glückwunsch und Züchter für diese hervorragenden Kühe. Ein Applaus für die Klasse. Dankeschön. Im Stall gleich neben der Halle, Hektik wie in einer Boxengasse. Conny der Boven ist Züchter und mit mehreren Tieren nach Pferden gekommen. Rund um die Uhr werden die Kühe betreut. Unfaire Methoden sind verboten. Es gibt dort ganz klare Vorschriften, was man machen darf und was man nicht machen darf. Ach so, was hätte denn nicht gemacht werden dürfen jetzt, wenn Sie sagen... Das Euter irgendwie anders voll machen oder mit irgendwelchen Fremdmitteln und so. Das geht nicht. Das geht nur die eigene Milch. Und die Zeiten sind vorgeschrieben. Man darf jetzt nicht einfach sagen, 24 Stunden bleibt dort drin. Das kann die Kühe da nicht tragen, das ist ungewohnt. Nur weil sie hier heute gut aussehen soll. Das geht nicht. Hier haben wir gleich sechs Kühe in den Ringen und Herr Rüttemann wird uns in Kürze verraten, welche dieser Spitzenkühe die Siegerkuh der Fersen sein wird. In mehreren Altersklassen treten die rund 200 Tiere an. Die Klassen sind sehr groß geworden. Früher waren es immer 7, 8 und jetzt sind es 15 und mehr. Das ist die Qualität der Klassen, die erste Hälfte jedenfalls schon. Ziemlich ausgeglichen, ziemlich homogen ist. Das ist also jetzt nicht so leicht hier was zu machen, das ist echt schon schwer. Für der Bovens Kühe wird es dann auch eng an diesem Vormittag. Nach ein paar Minuten fällt die Entscheidung. Die Gewinnerinnen, zwei Vollschwestern aus der Nähe von Oldenburg. Tatsächlich machen Henrik Willes Kühe, Madame und Madonna das Rennen. Sie holen in der Klasse der sogenannten Fersen die ersten beiden Plätze. Ihr Wert steigt mit diesem Sieg erheblich. Die Schau der Besten ist die Beste wirklich in Deutschland. Und dann auf so einer Schau mit zwei Fersen, die auch noch Vollschwestern sind, das zu gewinnen. Das ist der Oberhammer. Was hat jetzt den Ausschlag gegeben? Die haben ein schönes, fest aufgelenktes Euter, ganz feine Knochen, dass sie möglichst alt werden. Wir wollen alte Kühe in den Ställen haben, die möglichst auf gesunden Fundamenten laufen, gesunde Euter haben, um lange Milch zu produzieren. Und das geben die beiden tiptop wieder. Und dann haben sie noch den nötigen Schick dazu, um so eine Schau zu gewinnen. Was anderswo bei Fotoshootings üblich ist, gilt auch hier. Ohne Styling läuft nichts, inklusive kleiner Tricks. Ja, ich mache hier jetzt ein Schwanz-Tapet dran und sieht das alles ein bisschen völliger aus. Die Kuh sollte halt ein bisschen Ausstrahlung haben auf dem Foto. So, ne? Schön Kopf und Hals zeigen und so, ein bisschen dorthermachen. Später wird Henrik Wille eine seiner Siegerkühe für eine fünfstellige Summe verkaufen. Montreal im Osten Kanadas. Wer das Mekka der Holsteinzucht sucht, muss nach Nordamerika. Hier befindet sich eine der größten und bekanntesten Zuchtstationen der Welt. Die CIA-Q mit mehr als 700 Bullen. Einer von ihnen erlangte so viel Berühmtheit, dass ihm sogar ein Denkmal gesetzt wurde. Sein Name, seine Lebensgeschichte und seine unzähligen Errungenschaften werden uns stets in Erinnerung bleiben. Hier unter dem Stein befinden sich auch einige Körperteile von Starbuck. Starbuck ist eine Legende unter den Zuchtbullen. Er prägte in den 80er und 90er Jahren eine ganze Rasse. So wurde er fast unsterblich. Wir schätzen, dass weltweit mehr als 95 Prozent der heutigen Holsteinkühe in irgendeiner Form Starbuck in ihrem Stammbaum haben. Durch seine Söhne, Enkel und Urenkel. Also sein Einfluss war gigantisch. 50 von Starbuck's Artgenossen kommen bei CIAQ täglich zum Einsatz. Ihr Samen ist das Kapital der Firma. Die Zuchtstation in Quebec produziert jährlich rund 12 Millionen Portionen Sperma. Tiefgefroren geht es in alle Welt. Das ist Vitality. Davon nehme ich jetzt fünf Portionen hier raus. Und jetzt suche ich den nächsten Bullen. Sein Name ist Delaware. Das Sperma kann in diesen Behältern bis zu 50 Jahre aufbewahrt werden. Moderne Haltung und Zucht haben ein Ziel. Mehr Milch. Das ist auch bei Conny der Boven so. Der Mann ist ein echter Kuh-Enthusiast. Eine Wand voller Urkunden erinnert an Kühe, die 100.000 Liter Milch in ihrem Leben geliefert haben. Das gibt es jetzt schon mehrere, die das erreicht haben. Und in diesem Moment möchte ich meinen, dass es uns eigentlich gelingt, dass jede dritte Kuh, die wir im Stall haben, diese mag in Zukunft erreichen. Das ist nicht so, dass hohe Leistung gleich Qualzug bedeuten. Denn hohe Leistung und Turbokuhe werden ja häufig in Verbindung gebracht mit Quälerei, mit Ausmergeln. Also eine Kuh soll so viel geben, wie sie fressen kann. Der Bovens Kühe leben in geräumigen Ställen. Standard auf großen Höfen. Seiner Ansicht nach geht es den Tieren heute so gut wie nie zuvor. Auch wenn die meisten von ihnen nicht mehr auf die Weide kommen. In modernen Ställen gibt es Liegebereiche und Laufflächen. Für die passende Temperatur sorgen offene Seitenwände. Man ist immer davon ausgegangen, wenn der Mensch sich wohlfühlt, dann fühlt sich auch die Kuh wohl. Das stimmt nicht. Das stimmt defakt nicht. Da muss man sich an der Kuh orientieren. Die Kuh fühlt 10, 15 Grad wärmer. Die kann Wärme schlechter abgeben. Die kann schlechter schwitzen als der Mensch. Heute hat eine Kuh hier einen Luftraum von 80 Kubikmetern. Früher in den Anbindeställen hatte sie einen Luftraum von 10 Kubikmetern. Das ist heute achtmal so hoch. Große, offene Ställe. Ein sichtbares Zeichen des Wandels. Ein anderes, das Höfesterben, zeigt sich in Zahlen. 1992 gab es in Deutschland rund 236.000 Milchhöfe. Heute ist davon noch ein Drittel geblieben, etwa 80.000. Die Milchproduktion sank aber keineswegs. Vor allem auf dem Weltmarkt ist die Nachfrage groß. Deutschland exportiert mittlerweile mehr Milch als Bier. Die Arler Molkerei in der Eifel ist eine der größten in Europa. 100 Mio. Euro investierte das Unternehmen hier gerade in eine Werkserweiterung. Auf der linken Seite haben wir das neue Milchtrockenwerk. Hier werden Milchpulverprodukte verschiedener Art hergestellt. Milchpulver ist natürlich prädestiniert für den Export. Leicht verpackbar, gut lagerbar, verschiffbar. Und besonders gut geeignet für unsere Wachstumsmärkte. Für Molkereien in Deutschland ist es vor allem das Geschäft mit China, das enorm wichtig geworden ist. Bei Arler verdoppelte sich der Umsatz im Reich der Mitte sogar binnen eines Jahres. Wir produzieren hier pro Woche rund 30 Container, die von hier aus dann über die Seehäfen verschifft werden. Die Chinesen stehen einfach auf deutsche Milch. Und die Wertschätzung ist sehr viel höher, als das vielleicht hier in Deutschland der Fall ist. Chinesen bringen sogar Milch als Geschenk mit, wenn sie abends eingeladen werden zu einer Party oder einem Abendessen. Deutsche Exporte nach China wuchsen allein in 2013 um 45 Prozent auf mehr als 120.000 Tonnen. China interessiert sich aber auch für die lebenden Milchproduzenten in Pferden. Elita-Auktion des Zuchtverbandes Master Rind. Rinder der gehobenen Klasse kommen unter den Hammer. Fünfstellige Preise. An diesem Abend keine Seltenheit. Wichtig ist die Chance, damit Geld verdienen zu können. Wir machen das ja nicht aus Hobby, sondern das hier ist auch ein krallachtes Geschäft. Im Moment ist der Markt sehr gut, weil die Milchpreise gut sind. Die Bauern oder Landwirte haben Geld, investieren. Und in Zuchtvieh wird immer investiert, in aller Welt. Im Publikum in der niedersächsischen Provinz, tierische Headhunter. Aus mehr als 30 Ländern. Der Milchkonsum in China ist im Vergleich zu Deutschland früher gering gewesen. Doch unsere Wirtschaft wächst sehr schnell und mit ihr die Nachfrage nach Milch. Sie steigt rasant. Es ist wie eine Riesenwelle. Auch beim Rinder-Erbgut gilt Made in Germany etwas. Mehr Milch dank deutscher Kuh-Gene sogar in Indien. Etwa 7000 Kilo beträgt die Milchmenge bei mir im Jahr pro Kuh. Das konnte ich nur dadurch schaffen, dass ich Sperma und Embryonen von hier importiert habe. Die daraus entstandene Generation macht 7000 Kilo. Mein älterer Bestand kommt nur auf 4000 Kilo im Jahr. Eines der angebotenen Zuchttiere heißt Galaxy und hat Vorfahren aus Nordamerika. Sein Besitzer Mark Bönninghoff hofft auf einen guten Preis. Vom Körper bin ich eigentlich ganz zufrieden mit diesem Tier. Das Tier hat ein bisschen mehr Winkel im Bein als erwünscht. Das ist alles in Ordnung, aber die Käufer gucken halt auf Nuancen bei solchen Auktionen. Und unsere ist vielleicht auch vom Zuchtwert nicht ganz die Höchste. Und deswegen wird das sicherlich auch kein Höchstpreis werden. Womit rechnen Sie? Also zufrieden wäre ich ab 3500 wäre ich zufrieden, ja. Im Rampenlicht zählen jetzt wieder Genetikpunkte und Zuchtwerte. MB Layla, eine Galaxy, ganz frühe Galaxy, 144 GSFG, super Kupfamilien. Auf geht's meine Damen und Herren mit 2000 Euro. Zweieinhalb die Higs und zweieinhalb. 5000 einmal, 5500. 5500 fair. Wir wollten dreieinhalbtausend haben, haben fünfeinhalbtausend bekommen. Doch, ist gut. Es gibt bessere Tiere, ich wusste das vorher, aber fünfeinhalb ist super. Mark Bönninghoffs Hof ist so groß, dass ein Rat für die täglichen Wege Sinn macht. Bönninghoff hat sich für Wachstum entschieden und liegt damit voll im Trend. Anfang der 90er Jahre hatten die Bauern im Mittel 22 Milchkühe. Heute sind es durchschnittlich 52 Tiere pro Betrieb. Aus dem elterlichen Hof hat Bönninghoff ein Unternehmen mit insgesamt über 1000 Rindern gemacht. Vielleicht erschlägt es einen, wenn man das erste Mal in so einem Stall ist. Aber wir arbeiten eigentlich, denke ich, ganz gut nach System. Für uns war es sicherlich auch eine Umstellung, von 90 auf 400 Kühe zu wachsen. Aber der Preisdruck steigt ständig. Es ist nun mal so, dass der Verbraucher will für mich nicht viel ausgeben. Also müssen die Produktionskosten sinken. Und in größeren Stellen hat man bessere Produktionskosten als in kleineren Stellen. Dass Kühe trächtig werden, ist entscheidend für Landwirte. Ohne Kälber keine Milch. Drei bis vier bekommt eine Kuh im Schnitt im Leben. Dann wird sie aussortiert. Am Nachmittag ist Nummer 97 mit der künstlichen Befruchtung dran. Den Zufällen der Natur überlässt man eher wenig bei der Nutztierfortpflanzung. Die Master-Rind-Zuchtstation in Verden ist die größte für Holsteinrinder in Deutschland. Mehr als 400 Bullen dienen dem Unternehmen als Spermalieferanten. Das ist ein guter, der hat einen guten Zuchtwert. Die Töchter sehen auch sehr gut aus. Und dadurch nehmen die Bauern ihn auch sehr gerne. Und der wird auch viel versamt. Und deswegen müssen wir auch sehen, dass wir so viel wie möglich da auch rauskriegen. Unmittelbar nach der Gewinnung wird das Bullensperma auf seine Qualität hin überprüft. Mindestens 70 Prozent der Spermien müssen vital sein, um in den Verkauf gehen zu können. Die Samenzellen sind schnell, sie sind zielgerichtet. Man sieht schon, wenn man mal eine einzelne Samenzelle verfolgt, dass sie doch ein Ziel hat. Sie sucht, und das ist ja das Ziel der Übung. Sie sollen ja die Eizelle finden, damit es auch zur Befruchtung kommen kann. Tätlich werden bis zu 20.000 Portionen Sperma gewonnen. In jedem dieser Röhrchen 15 Millionen Samenzellen. Das neueste Werkzeug der Zucht ist die Genanalyse. Mit ihr kann die Qualität von Erbgut früher denn je beurteilt werden. Heute ist es so, dass wir die DNA eines Tieres versuchen abzulesen, indem wir Stichproben dieser DNA analysieren. Das ist quasi wie ein Strittmuster eines Pullovers. Es gibt bestimmte Muster, die im Zusammenhang stehen mit Eigenschaften, die vererbt werden. Beispielsweise Eutergesundheit oder Größe eines Tieres oder die Leistung eines Tieres. In diesen Kesseln lagert, umgeben von flüssigem Stickstoff, das genetische Ausgangsmaterial für ganze Milchkuh-Generationen. Allein in seiner Zuchtstation in Verden hält die Firma ständig rund 6 Millionen Portionen Bullensperma vor. Als Handelsreisender für Rinderfortpflanzung ist Timo Sommer unterwegs. Sein Arbeitsfeld Anpaarungsberatung. Im Spermakessel, die ich so mit mir rumfahre, sind mit Sicherheit so um die 50, 60 verschiedene Bullen, die wir halt dann laufend verkaufen. Immer jeder Zuchtberater hat dort auch so seine eigene Linie, welche Bullen er gerne verkaufen möchte oder einsetzen möchte, die man halt auch selber gut vertreten kann, sag ich mal. Heute führt es den Sperma-Vertreter und seinen Stickstoff-Tank auf den Hof von Henrik Wille. Der führt künstliche Befruchtungen selbst durch und braucht mal wieder neues Zuchtmaterial. Hast du Meldmax auch noch dabei? Meldmax habe ich jetzt so nicht mit, aber kann ich dir mal noch nachfragen. Das ist gut. Den notiere ich mal eben, bringe ich dir dann die nächsten Tage noch mal nach. Hast du noch einen neuen Katalog dabei? Ja, habe ich hier auch noch. So, dann kommt hier der Coloredo. Zip top. 10 plus 2. Henrik Wille nimmt diesmal Sperma des Bullen Coloredo. Pro Portion kostet es 23 Euro. Coloredo gehört schon zur gehobeneren Preisklasse. Es geht aber noch deutlich teurer. Es geht aber auch hoch bei Bullen, die dann auch mal gerade mal 75 Euro kosten können, wenn sie gerade ganz heiß ist, sagt man dann. Gerade so Bullen, die dann auch für Spülung dann noch viel laufen, für ET laufen dann. Genau, da ist es dann halt so, dass diese Bullen dann im Preis doch deutlich höher sind. Gerade ganz am Anfang. Da wird dann sich doch gehauen um die ersten Portionen, sag ich mal. Von einer Kuh können heute theoretisch 50 Nachkommen im Jahr erzeugt werden, per In-vitro-Befruchtung und Embryonentransfer. Coloredos Samen ist für Siegerkuh Madame vorgesehen. Das Interessante an Coloredo ist, außer dass er rotbunt ist, dass er Hornlosigkeit verehrt. 50 Prozent seiner Kälber haben nachher keine Hörner mehr. Und aus Tierschutzgründen geht die Zucht in die Richtung, Tiere zu produzieren, die von Natur aus keine Hörner mehr haben. Und wenn ich es schaffe, aus dieser Kuh ein rotes Kalb zu bekommen, was vielleicht auch noch hornlos ist, ist das für mich und für die Zucht, denke ich, sehr wertvoll. Wie Milcherzeugung in Zukunft aussehen könnte, zeigt sich im Osten Kanadas. In St. Albert liegt die Farm Landry. Es ist der größte Milchbetrieb Quebecs und gleichzeitig einer der modernsten. Automatisierte Haltung von Milchkühen. Hunderte Tiere in einem Stall, aber kaum ein Mensch. Hören Sie, kein Arbeiter ruft oder macht Lärm. Die Maschine ist immer in Betrieb. Das ist ganz wichtig für die Milchproduktion, weil die Tiere sehr entspannt und glücklich sind. Sie können jederzeit zu den Robotern gehen. Das Melken ist immer möglich. Es ist dasselbe, als wenn sie zu einem Bankautomaten gehen, um Geld abzuheben. Nicht der Bauer, sondern eine Maschine übernimmt hier das Melken. Die Landrys haben mehr als 20 Melkroboter im Einsatz. Alles läuft automatisch. Per Laser findet die Maschine die Zitzen der Kuh und platziert das Melkgeschirr. Kraftfutter lockt die Tiere an. Kommt eine Kuh allerdings zu häufig, schickt der Roboter sie wieder weg. Während des Melkens gibt uns das System eine ganze Reihe an wichtigen Informationen. Hier sieht man die Nummer der Kuh. Es wird auch jedes Mal das Gewicht registriert. Diese Kuh wiegt 612 Kilo. Das ist für uns eine wichtige Angabe. Denn am Gewicht können wir sehen, ob die Kuh möglicherweise Probleme hat, nicht richtig frisst oder krank ist. Insgesamt gibt es auf der Farm Landry mehr als 2000 Kühe. Der Einsatz von Robotern auf dem Betrieb spart Arbeitskräfte. Mit gerade einmal zwölf Angestellten produziert der Großbauernhof im Jahr 12 Millionen Liter Milch. Roboter werden auch in Europa und Deutschland in der Kuhhaltung eingesetzt. Doch die Landrys sind Pioniere in diesem Bereich. Für Seniorchef Jean-Marie zählen die Vorteile der Hightech-Farm. Heutzutage sind die Lohnkosten einfach zu hoch, ob hier in Québec oder in Europa. Die jungen Leute werden diese Technik auf jeden Fall anwenden und auch weiter voranbringen. Denn die Lebensqualität steigt dadurch. Sie ist auch wichtig. Jeden Tag von morgens bis abends arbeiten. Am nächsten Tag wieder. Nie Urlaub. Das will niemand mehr. Das ist heute nicht mehr so. Inzwischen führen Jean-Marie Landrys Söhne die Farm. Sie haben sich die einzelnen Arbeitsbereiche aufgeteilt. Trotz der enormen Größe des Betriebes kommen sie mit einem Dutzend Arbeitskräfte aus. Der moderne Bauer, er managt seinen Stall einfach per iPhone-App. Hierüber kann ich mich in das System einschalten. Dann sehe ich zum Beispiel, dass diese Kuh mit der nächsten Besamung dran ist. Die Aktivität des Tieres bei Tag und Nacht erkenne ich an diesen Kurven. Wenn ich nach Quebec fahre oder hier im Ort im Restaurant bin, nehme ich das iPhone und kann alles jederzeit checken. Und falls es nachts mal ein Problem beim Melken gibt, weckt das System den Bauern einfach per SMS. Zurück nach Deutschland, in die Nähe von Oldenburg auf den Hof von Henrik Wille. Melkroboter gibt es hier keine, aber einen lebenden Beweis dafür, dass es nicht immer nur um Gewinnmaximierung geht. Normalerweise werden die Kühe so fünf bis sechs Jahre alt im Schnitt, wenn überhaupt. Das hier ist eine kleine Ausnahme. Das ist die Kuh Nathalie, die ist jetzt 20 Jahre alt. Sie darf immer im Stohl liegen, darf im Sommer auf die Weide und wird deswegen noch gehalten, einfach weil wir so viel miteinander erlebt haben. Willes Kühe sind gerade mal 100 von vier Millionen in Deutschland. Ein winziger Teil der großen Milchmaschinerie, Hightech, Tier und Mensch. Und das für ein oft unterwert verkauftes Lebensmittel.